Season 8 hat jetzt begonnen und in dem heutigen Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr es ganz schnell schafft, in dem Battle Pass Level 100 zu werden. Ja, Season 8 hat jetzt begonnen und schreibt doch sehr gerne mal unten in die Kommentare rein, was ihr denn von dem Battle Pass haltet. Hashtag Top oder Hashtag Flop. Bevor das Video aber auf jeden Fall losgeht und ich euch zeige, wie ihr ganz schnell es schaffen könnt und bevor das Video jetzt auf jeden Fall losgeht und ich euch zeigen möchte, wie ihr es ganz schnell schafft, im Battle Pass Level 100 zu werden, möchte ich noch ganz kurz etwas sagen und zwar lasst doch sehr, sehr gerne mal einen Daumen nach oben auf diesem Video da. Aber vergesst auch auf jeden Fall nicht meinen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigung zu aktivieren. Es kommen jetzt wieder auf jeden Fall regelmäßig Videos, auch zum Thema Season 8 und auch das nächste Thema wird richtig geil und zwar Infos zur Season 9. Also wenn ihr das auf jeden Fall nicht verpassen wollt, lasst auf jeden Fall sehr gerne ein Abo da. Teilt das Video auf jeden Fall auch sehr gerne mit euren Freunden, damit die das auch sehr schnell schaffen Level 100 zu werden, weil für ein paar Tricks, um Level 100 zu werden im Battle Pass, braucht ihr auf jeden Fall auch eure Freunde, die auch den Battle Pass haben. Wenn ihr auf jeden Fall möchtet, aber auch, dass weiterhin Videos kommen oder ich meine Videos verbessern kann, nehmt auf jeden Fall auch sehr gerne meinen Support-to-Creator-Code und unterstützt mich damit, weil Support ist kein Mord und ich freue mich über jeden, der den Support-to-Creator-Code benutzt oder drin hat. So, dann starten wir jetzt auf jeden Fall auch schon mal direkt mit dem Thema. Ihr seht jetzt hier den Desktop-Hintergrund von Fortnite und ihr seht, ich bin Stufe 14 im Battle Pass und wie ihr es ganz schnell schafft, Stufe 100 zu bekommen, zeige ich euch jetzt. Also die erste Sache, die ihr auf jeden Fall machen müsst, ist, ihr braucht natürlich den Battle Pass. Könnt ihr euch natürlich, wenn ihr euch den Battle Pass kauft, steht hier natürlich unten Battle Pass erwerben und dann könnt ihr euch aussuchen, ob ihr den Battle Pass für 950 V-Bucks nehmt oder den Battle Pass mit schon 25 Stufen extra. Das heißt, ihr fangt dann quasi erst hier an. Wenn ihr dann schon 5 Stufen extra habt, weil ihr den Battle Pass vorher schon euch hattet, seid ihr schon direkt von Anfang an quasi Stufe 30. Das braucht ihr aber nicht, um schnell Stufe 100 zu werden. Zumindest erkläre ich euch heute in dem Video, wie ihr es auch ohne das Bundle hinbekommt, wo ihr schon 25 Stufen extra habt. Aber das ist natürlich dann nochmal ein Vorteil, um natürlich auch nochmal schneller im Battle Pass voranzukommen. Aber was ihr auf jeden Fall braucht, um schnell zu leveln, sind nämlich Freunde, weil ihr seht schon mal hier, bekommt ihr Freunde-EP-Boost. Und wenn eure Freunde nämlich auch den Battle Pass haben, haben die auch EP-Boost. Das heißt, wenn ihr mit denen zusammenzockt, levelt ihr schneller generell im Level, aber auch im normalen Battle Pass-Level. Wie ihr es schafft, schnell normales Level 100 zu bekommen, habe ich euch schon mal in einem Video gezeigt. Das wird jetzt auch nochmal oben rechts angezeigt. Checkt das auf jeden Fall auch nochmal ab, wenn ihr Level 100 werden wollt. Ihr selber könntet nur nicht einen EP-Boost, wenn ihr Battle Pass Stufe 100 seid, könnt ihr einen EP-Boost von 120% haben. Das bringt euch dann natürlich nichts, weil ihr schon dann quasi Battle Pass Level 100 seid. Aber, wenn ihr mit euren Freunden spielt, haben die auch einen Freunde-EP-Boost. Wenn die auch schon Level 100 sind und ihr spielt mit drei anderen Freunden, hättet ihr quasi einen extra EP-Boost von 120%, was euch im Level nochmal hoch boostet, wodurch ihr dann halt die Stufen bekommt. Bei jeder Zahl bekommt ihr 5 Stufen, wenn ihr Level 5 10 werdet, bekommt ihr 5 Stufen. Wenn ihr dann 16, 17, 18 seid, bekommt ihr 2 und bei einer 0 am Ende, also 20 oder 30 oder so, bekommt ihr eine ganze Battle Pass Stufe. Natürlich müsst ihr auf jeden Fall auch die wöchentlichen Herausforderungen machen, die lohnen sich auf jeden Fall auch. Als erstes macht ihr auf jeden Fall die 10er, weil dadurch bekommt ihr jeweils immer eine Battle Pass Stufe gleich direkt. Und ansonsten bekommt ihr nochmal 5, 5 und 5. Wenn ihr das auf jeden Fall gemacht habt, bekommt ihr auch nochmal 5000 EP. Das heißt, ihr könnt dadurch dann auch wieder Battle Pass Stufen bekommen, wodurch ihr dann natürlich auch wieder Battle Pass steigt und dann natürlich, wodurch ihr dann natürlich auch nochmal schneller zu den 100 kommt. Die nächste Sache ist auf jeden Fall, spielt auf jeden Fall oft, versucht auf jeden Fall lange zu überleben, weil ihr bekommt am meisten Punkte, wenn ihr Kills macht und wenn die Runde länger dauert, wenn ihr eine gute Platzierung habt. Es bringt also nichts quasi, in Tilte zu landen und dann direkt drauf zu gehen, wenn ihr keine guten Spieler seid. Deshalb landet lieber irgendwie am Ende vom Battle Bus, also springt eher am Ende raus, guckt dann vielleicht, wo vielleicht ein, zwei Spieler landen, wo ihr vielleicht guten Loot bekommt, aber auch vielleicht ein paar Kills, weil dadurch bekommt ihr dann auch nochmal Level, wodurch ihr wiederum dann halt wieder im Battle Pass aufsteigt. Die nächste Sache ist, macht die täglichen Herausforderungen. Ihr könnt die Herausforderungen auch wechseln. Da könnt ihr dann einfach hier raufklicken, dann könnt ihr hier die wechseln. Ich weiß nicht, das kann man glaube ich nicht so, ich glaube das kann man einmal am Tag machen und dann könnt ihr euch die auf jeden Fall machen. Ihr müsst also quasi alle drei Tage mindestens spielen, damit ihr dann auch alle drei täglichen Herausforderungen habt, weil nach drei Tagen bekommt ihr keine neuen täglichen Herausforderungen mehr, weshalb ihr dann wieder keine Battle Pass Stufen bekommt. Also denkt auf jeden Fall dran, mindestens alle drei Tage zu spielen, um dann auch diese Battle Pass Sterne zu bekommen, um dann im Battle Pass zu leveln. Was ich schon gesagt habe, wie gesagt, macht halt die Herausforderungen, die wöchentlichen, dazu werde ich denke ich mal auch noch ein paar Videos machen zu den wöchentlichen Herausforderungen. Ansonsten guckt einfach bei anderen YouTubern, die dazu Videos hochladen. Dürfte auf jeden Fall kein Problem sein, denke ich mal. Wo ihr natürlich auch schnell leveln könnt, ist wenn ihr im Team spielt, wie gesagt, mit euren Freunden. Spielt auf jeden Fall nicht solo, um zu leveln, sondern dann mit euren Freunden, weil ihr dadurch nochmal einen XP-Boost habt. Was euch aber natürlich auch nochmal hilft, ist wenn ihr 50 gegen 50 spielt oder Gruppenkeile, da ihr dadurch eine höhere Win-Wahrscheinlichkeit habt und höher und länger überleben könnt. Das heißt, ihr würdet quasi natürlich im normalen Level leveln, aber ihr levelt auch eure Stufen. Also, wenn ihr euer Level levelt, levelt ihr auch eure Stufen. Das ist immer so ein bisschen zusammenbeides abhängig, aber könnt ihr auf jeden Fall machen. Am Ende der Season bekommen wir auch oft nochmal die Angebote, uns Battle Pass Stufen zu kaufen. Dafür müssen wir natürlich Geld ausgeben, allerdings bekommt ihr dann auch eure Battle Pass Stufen. Wenn ihr nicht mehr genug Zeit habt, könnt ihr das auf jeden Fall auch nochmal machen. Ja, das waren auf jeden Fall so die generellen Tipps und Tricks, wie ihr schnell im Battle Pass leveln könnt. Also, zockt auf jeden Fall gerne, sucht euch gerne Freunde, wenn ihr, also sucht euch auf jeden Fall gerne Freunde zum Zocken. Wenn ihr auf jeden Fall da keine haben solltet, ich habe einen eigenen Discord-Server. Da könnt ihr euch gerne mit Leuten zusammentun, um dann mit denen zu zocken. Aber ihr könnt auch gerne in meinen Livestreams einfach mal vorbeischauen. Vielleicht könnt ihr dann da mitzocken und dann könnt ihr auf jeden Fall auch mitleveln. Wenn euch das Video auf jeden Fall weitergeholfen hat, lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, meinen Support-Creator-Code zu nutzen und das Video mit euren Freunden zu teilen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dann, habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein und ciao, ciao. Ciao. Ciao.